Hallo, ich bin Sabrina Glöckner und ich zeige Ihnen, wie Sie ein E-Book finden und darauf zugreifen können. Wie bei der Suche nach einem gedruckten Buch, geben Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Das kann zum Beispiel ein Autor, ein Buchtitel oder, wie in diesem Fall, ein Thema sein. Um nur E-Books angezeigt zu bekommen, können Sie Ihre Suche mit Hilfe der Filter eingrenzen. Bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Nutzung der E-Books im Campusnetz der TU Berlin befinden müssen. TU-Angehörige können auch von zu Hause über VPN zugreifen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der E-Book-Seite unserer Homepage. Mit dem Zugriff auf elektronische Medien erkennen Sie auch die hierfür geltenden Nutzungsbedingungen an. Wählen Sie einen Treffer aus. Sie werden nun auf die Verlags-Homepage weitergeleitet. Hier erkennen Sie, dass die Bibliothek das Nutzungsrecht für das E-Book erworben hat. Bei den meisten Verlagen können Sie sich den Inhalt kapitelweise herunterladen. In unserem Beispiel benötigen Sie noch ein zweites Buch zum Thema. Da die Bibliothek mehrere Ausgaben des Buches besitzt, müssen Sie zunächst eine Ausgabe wählen. Sie werden wieder auf die Homepage des Verlages weitergeleitet. Bei diesem Verlag können Sie sich entscheiden, ob Sie das komplette E-Book oder gezielt einzelne Kapitel herunterladen wollen. Wenn Sie sich für die Veröffentlichungen eines bestimmten Verlages interessieren, können Sie auch direkt auf der Verlags-Homepage nach E-Book suchen. Bibliotheken haben in der Regel nicht das gesamte Verlagsprogramm eines Anbieters lizenziert, sondern oft nur ausgewählte, relevante Titel. Diese sind je nach Anbieter unterschiedlich gekennzeichnet. In diesem Fall erscheint bei nicht lizenzierten Titeln ein gelbes Vorhängeschloss. Um sich nur von der Bibliothek erworbene Veröffentlichungen anzeigen zu lassen, entfernen Sie den Haken bei Include Preview-Only Content. In der Trefferliste finden Sie Bücher und Buchkapitel sowie Zeitschriftenartikel. Wie im Wissensportal Primo können Sie Ihre Trefferliste mithilfe von Filtern einschränken. Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder schauen Sie sich unsere weiteren Tutorials an.